So, und da haben wir unseren Neuzugang, die Raya, mit ihren fünf Geschwistern, haben wir sie aus einem Bergdorf geholt, nachdem uns eine Frau aus Saloniki angerufen hatte, die ihr Wochenende dort verbringt. Und, ja, jetzt sind sie in Sicherheit, die sechs Welten, und suchen eine Familie. Die Raya, schaut sie euch an, sie ist ganz sauber. Und wir vermuten mal, dass sie so mittelgroße Hündinnen und Hunde werden, denn ihre Mama, die ist nicht allzu groß, die ist sogar relativ klein. Aber wir nehmen mal an, dass die Väter sicherlich größeren Kalibers gewesen sind. Ja, sie sind Anfang 2022 geboren, wie wir vermuten, und erfreuen sich bislang bester Gesundheit und warten jetzt auf ihre Familie in Deutschland. Meldet euch, wenn ihr Raya genauso toll findet wie der Jorgo und ich. Und dann könnte sie schon bald ein Familienmitglied bei euch sein. Also, viele Grüße hier von Raya.